so ihr lieben willkommen zurück zu einer weiteren folge neuen folge 670 versteht 4 da stehen dahinten gut und das seite dann brauchen wir noch eine leitung oder treppe treppe sorry dann bauen wir uns das bodest an der seite und holen uns die hier ist hier hinten dran das ist eine lange das ist ein großer kleine so dann betonteile über das ich darf es mal runterfallen dann werden die stinkig so einmal frei gut es ist da ich glaube das hängt die alle an ihren läden gut wir wollen die europa leute ohne beschäftigung gut dann würde ich sagen ich muss das schon mal gucken ihr frisörstuhl ein frisör brauchen so frisör ist am anfang immer gut so stellen wir hier sollen der arzt ist am anfang gut arzt ist am anfang gut haben eigentlich schon eine klinik ich weiß gar nicht so nach unten gucken ob man auch gleich ein bisschen deko reinbringen was zum sitzen was macht man so beim frisör verspülen muss bequem ohne couch hier so eine rote oder so eine schwarze so fast 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 viele leute hier reinkommen wollen warten müssen so das suchen wir uns mal ein frisör dann suchen wir uns mal ein frisör so was bist du bist du bist du ein cool du bist so cool den cool möchte ich nicht als frisör haben jemand da vielleicht mann als frisör war mit immer mit kommen wir mal mit hier cool möchte ich nicht als frisör das nicht glaube das wird jetzt glaube ich nicht weil wir sehen okay haben wir den als frisör müssen wir bloß noch eine passende kleidung finden für den irgendwie schackett oder so irgendwas müssen wir mal gucken wenn wir rumrennen was wir an klamotten finden für den saubere also saubere kleidung auf jeden fall so und zwar wollte ich jetzt mal gucken ob wir unten schon einen arzt haben dann nehme ich den hier oben und bauen was haben wir denn hier schon aufgebaut eine bar eine klinik haben wir schon gut die können wir jetzt ja nicht klauen das haben wir auch schon gut wissen nicht ob wir jetzt oben eine große bar hinbauen aber den eigentlich ja den kann man wegbewegen okay könnte man eigentlich oben eine große bar hinbauen eine große klinik und das so lange wie unsere kohle reichen dann bewegt man die einfach weg hat die rennen nämlich schon wurde hier ist auch jemand ohne arbeit ach ich weiß ich weiß ich weiß was da oben hinkommt noch da da will zum friseur hier das ist nicht die hier ja wenn wir dich vorher gesehen hätten hätten wir dich als friseur genommen wenn wir dich vorher gesehen hätten hätten wir das gemacht gut haben wir aber nicht ich suche gerade boah wo war denn das ist hier ne bei versorgung muss das auch gewesen sein genau hier getränkautomat wo sind die jetzt hin hey bleib mal hier verstehe die kommen hier schon dran wir haben zwar noch keinen strom aber ich glaube mal die geht da schon dran haben die schon mal eingeteilt apropos strom und zwar ja das was wir aufbauen wollen genau äh da kämen wir hier raus apropos strom in das war hier ja da eigentlich den größeren hätten ich gern na ja ah du . in der lampe gleich eine lampe und dran setzen genau brauchen wir einfach nicht das sagen aber da sind ja schon mehrere dran einfach davon aus einfach ist schon eher und da einfach hier vorne hier vorne ok gut da machen wir das erstmal schnell mit den strom weil da gehen die voll drauf ab gehen die voll drauf ab den strom und den strom hierher zu bringen jetzt da ist es und zwar so der lampe jetzt mal so hier so hin jetzt wo hier noch eine lampe hin da kommst du erst mal hier den verwerten so haben sie kein wasser mehr ist logisch aber wir setzen hier oben genau den setzen wir hier oben hin ja so brauche ich aber noch mal so klein hier jetzt hat sich auch noch ein klein so haben sie auch unter wasser und licht haben wir ja auch schon mal hier ist so getränkautomat sollte jetzt laufen gut was auch mal jetzt dass ich würde sagen wir bauen mal noch ein bisschen wasser hier hin jetzt funktioniert ja 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 gleich ein paar mehr hier also ja 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 so laufen alle ja wie viel wasser aber jetzt 131 noch was soll es mehr einmal frei so du hast so noch nichts zu tun du könntest eigentlich klabotten machen genau aber ich will leitung ach du musst doch gelände anbringen muss ja unten gelände anbringen so frist ist wieder erhaufen und kurken da ist aber nicht so schlimm das stellen wir hierhin so wo ist unser cool jetzt ist das nicht wo ist denn jetzt so cool cool jetzt ist unten reingegangen du bist ein waffenfreak du siehst eigentlich doch doch du kennst waffen verkauf obwohl es jetzt unser cool hingegangen glaube ich hier reingegangen bist du barmann du kommst oben hin so sind jetzt unser cool ach du bist für ressourcen ok stimmt hier aber mit kriegen alle noch kleidung die kriegen kleidung noch alle schön so einwandfrei bist du hier hast du was du hast noch nicht ich brauche noch mehr von diesen wenig das haben wir auch waffen nee wir haben was haben wir unten das das waffen haben wir noch nicht ne aber es gibt erstmal keinen bonus rüstung gibt auch erstmal keinen bonus in dem sinne ja was haben wir denn noch das brauchen wir auch erstmal nicht b-stuhl ach spielautomaten spielautomaten fahrrad bringt auch nichts ach ja der bringt noch was ja äh müsste dann hier der onkel doktor auch noch hin quasi ja unsere klinik kommt nehmt das dinge hier es hat auch euch was ja mit klinik auch ein arzt und so genau so da bauen wir gleich die klinik noch hierher ne erstmal strom brauchen oh strom strom komm schon ich hab's gesehen es glitscht hier an wenn nicht dann machen wir hier so solche schon ich brauche noch mehr von diesen ach doch kommt gut an das tränke ding kommt gut an das könnte ich immer weiter trinken und dann aufhören das sieht doof aus nein das machen wir nicht das sieht doof aus hier unten geht das schön so wen hatte ich mir dafür ausgedacht da ist weg ich glaube der typ ist weg hat unsere ärztin school klinik die weg ja hallo nein onkel doktor doktor verstehe genau wenn man nämlich die unten verwerten ja bräuchte man noch ein paar sitzgelegenheiten erst einmal haben wir noch am coach noch etwas aber das hier braucht man hier hinten ganz ruhig in ihr krank trinken noch nicht immer dauernd drei laufen wird und ruhig euren getränk trinken so was ist durch wenn sie auf dem doktor warten müssen gerade in behandlung ist nicht der doktor aber die leute wenig hat er in behandlung ist ich brauche noch mehr von diesen warum hier noch etwas könnte ich immer weiter trinken und dann aufhören und hier noch jetzt ich setze es bloß mal schnell ja hier müsste dann noch er müsste auch noch ein stückchen genau so da brauchen wir ja noch ein tisch zwecks zeitschriften immer so bei doktor hat genau so da sind die zeitschrift ja da würde ich sagen sie muss so moment das könnte man ja gut wir könnten jetzt eigentlich noch die bar setzen hier oben ach mal gucken wie viel kohl gucken wir überhaupt noch haben 8.000 kostet zwar 1000 dollar gut wir machen es trotzdem wir setzen große bar jetzt eigentlich wollte ich am anfang wollte ich jede baut setzt wohl hier so beim friseur vielleicht wollen die dann rüber gehen und sagen ja die 1500 kostet das ok gut ich wollte es dann rüber geht und ja guck mal hier der friseur hat mir der haare versaut ich brauche erstmal dann 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 krachen wir den dann krachen wir den ich brauche noch mehr von diesen dann 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 ja dann ja dann coach ist blöd oder es gibt aber auch keine schönen spieler er hatte so blöde das sieht so beschaut aus so was gemütliches oder machen die jetzt sowas sowas noch das ist als ob man sonnenschein trinkt oder regenbögen und es ist irgendwie ja es geht eigentlich aber lassen nicht wissen wir dann hier auch noch mal reinbringen aber das woche dann alles echt später bekommen auf der barmann noch unten ist hier ist doch hey komm mal mit du kommst an die neue mehr geld verdienen ach doch ich müsste ja echt rein bringen wenn man die hier unten gleich abreißen die klinik auch verwerten ich muss sogar auf den kuchen wird den hier lassen wir achten mal den setzen wir nach oben ja ein schrotthändler setzen wir hierher ja da würde ich sagen sind wir hier auch schon soweit fertig was haben wir nach moment ich will noch mal was gucken wasser haben wir noch essen ja haben wir soweit hoch genug schutz ist ein bisschen wenig wo es ist ein bisschen wenig hätte bei der open lochen geschütten ja was willst du eigentlich ja doch wir sollten auf schutz wenigstens auf 100 kommen denn jetzt reicht das stimme aber noch welche hatte ich ja so ding schon hingestellt ja wir wollen dieses worte auch bei strom oder das hier dafür warum noch arbeitslöser haben beschäftigt zwei stück und dann war noch hin die bohau schrubt weiß was ich weiß was mir da noch hin es war oder es kommt hier hinten muss ich in vorderbereich sein dass immer hier in bau nach menschlichem rausgehen gleich das müssen wir bloß finden aber ich denke die hängen um am getränkautobat ab hier ist kein schwein hier sehen ja sicher wissen cool so ob wir trennen noch abhängt da vielleicht oben ach stück bei ihr tränkautobat da hängen sie nämlich alle ab weist mich das ist als ob man sonnenschein trinkt oder regenbögen in arbeitslos muss doch noch hier sein so 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 schön einmal freie ist gut ihr lieben somit bedanke ich mich für zu sehen für eure bedache für eure likes sind wir hier acht spaß soweit durch ich würde ich sagen und ja in der nächsten folge versuche da mal im bunker hill die quest anzunehmen für ja für jetzt wechseln händler zurück und ja macht's gut tschüss 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 tschüss